All right, ich grüße euch. Willkommen wieder mal im Jetzt. Jetzt ist die Zukunft. Jetzt lernen wir. Now we learn. Wir erinnern uns, besser gesagt, we remember, wer wir wirklich sind. Und das ist der Punkt wirklich, das zu erkennen. To remember who we really are. Und wie wir unsere eigene Realität erschaffen. How we create our own reality. Und was ist das eigentlich Realität? Was ist wirklich? I mean, what is really? What is reality? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit. The truth. Die Wahrheit, die uns freisetzt. Was ist das? Wie kann man dies finden? Wie? Das ist die Frage. Weil die Antworten, wir sind hier, um diese Antworten zu finden, das ist der Punkt. Wir alle machen unsere eigenen Erfahrungen. We all make our own experiences, um davon zu lernen. To learn from them. Und was wir lernen, das ist der Punkt wirklich. Das auch zu verstehen, was wir lernen, was wir gelernt haben. The point is really to understand what we've learned and how we've learned and that we learn. Und auch das wir lernen jetzt, dass wir anfangen zu lernen. Das Leben ist lernen. Life is learning it. We begin to learn now. Through relationships, especially difficult relationships, vor allen Dingen schwierige Beziehungen. Oder wenn etwas weht, wenn etwas verschmerzt, das wollen wir ja oft wegschieben. You know, we want to push away the hurt. Aber genau da müssen wir hingucken. Daran müssen wir arbeiten. That's exactly where we've got to look at and work on that. Work through that. That's your thing. Die meisten Menschen verstehen einander nicht. The problem is most people don't understand each other. Problems in, well not just marriages, families, you know, friendships break apart. People argue with each other. Die Menschen streiten sich, weil die Menschen uneinsichtig sind. Wir hören einander nicht zu. We don't listen to each other. We try to run away from that which is uncomfortable. Wir rennen weg von dem, was wir nicht mögen. That's our shadow. That's our fear. Das ist unsere Angst. Das ist unser Schatten. Den sollten wir eigentlich lernen zu umarmen, um anstatt davon wegzulaufen. Offener zu sein und ehrlicher zu sein. Weil das ist ja der Punkt. Weil sonst kann es ja nicht funktionieren. You need to learn to be more open to each other and to be honest. Das ist deine eigene Entscheidung. Deine Entscheidung, die du triffst. Und davon hängt alles ab. Und das ist deine Macht. Deine wirkliche Macht. Das ist deine Freiheit. Das ist wirkliche Freiheit. Und das ist wirkliche Liebe. Wirkliche Liebe. Das ist der Weg. Menschen zusammenzubringen. Die Möglichkeit, Menschen zum Denken anzuregen. Dafür bin ich hier. Auch in Englisch, Deutsch, Sprachen. Aber wirklich denken lernen. Einander lernen. Von Erfahrungen lernen. Von schwierigen Erfahrungen lernen. Von Enttäuschung lernen. Lernen mit der Angst, besser umzugehen. We can see each other. In a room, zoom. Or here in this room, in Nackenheim. Or in Mainz, Frankfurt. Or wherever you are. When the time is right. Inchallah. Vielleicht, wenn die Zeit gekommen ist, sehen wir uns mal auch in Mainz oder Frankfurt. Oder wo auch immer. Oder wie gesagt, online. Und zoom. Ist ja auch kein Ding. It's for the not a thing. Ciao.